Ja Leute, was geht? Und es geht weiter hier mit Let's Play. Äh, Elex. Mit mir im Pirus. Ähm, 005. Ja, wir wurden letztes Mal bestraft, weil wir geklaut haben. Eigentlich haben wir in seinem Auftrag gehandelt. Wir wurden erwischt. Ich war mir überlegen, das neu zu laden. Aber weil wir jetzt so eine coole Aufgabe bekommen haben, weil ich geklaut habe. Ja, das ist, ähm. Boah, yeah. Was für ein cooler Stunt. Oder cooler Flug. Ähm, ja, wir machen hier weiter. Und ich hab meinen Kanal etwas, äh, ja, umgestellt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so lasse. Nur ich hab das so ein bisschen mehr in die Genres eingeteilt, die ich ja so hab. Die ich ja gerade so, ähm, mache. Ähm, oder die ich schon gemacht habe. Da hab ich ja nicht alles drin. Und ich glaub, da müsste man noch ein bisschen hier und da ein bisschen nachkorrigieren. Aber vom Prinzip her ist ja schon ein bisschen alles veröffentlicht. Genau. Okay, hier ist kein Viech. Also, was das Maul will. Und dann knallt er es. Auf. Äh, wie markiert er mir denn nochmal? Wow. Okay. Ne, wie geht das? Ähm. Ich muss nochmal reinkommen. Oh, ich fang nicht mehr, ich kämpft. Ich hab einmal gem- Ne, wie er war denn das? Ach so. Naja, stimmt. Das war ja... Ah, ich muss mal... Ich muss warten. Ja, ganz toll. Okay. Wartet man denn nicht irgendwie? Ah, jetzt. Ähm. Ja, okay. Au. Big P. Scheiße. Habt ihr, Penner, mich also endlich gefunden, ne? Gefunden? Ich wurde von niemandem geschickt. Na, wenn das so ist... Dann verpiss dich! Du bist nicht in der Position, mich zu beleidigen. Posi was? Komm mal runter von deinem hohen Ross. Also gut, was willst du? Wie ist das Leben als Outlaw? Wir genießen die Freiheit. Mehr brauchen wir nicht zum Leben. Niemand ist frei. Doch. Ich nehme mir zum Beispiel die Freiheit, dir zu sagen, wie dumm deine Frage ist. Wir scheißen auf alle Regeln und Typen, die uns dumm kommen. Und wir geben einen Dreck auf das, was andere über uns denken. Wenn du also guten Stoff haben willst und dir den Stock aus dem Arsch ziehst, könntest du es bei uns zu etwas bringen. Aber dann musst du durch die Wüste. Und ob du das Zeug dazu hast? Naja. Was machst du hier? Ich warte auf deine Mama. Was denkst du wohl? Ich warte hier auf meinen Handelspartner. In die Stadt lassen sie mich nicht mehr. Sie lassen dich nicht mehr in die Stadt? Ja, verdammt. Hab versucht, etwas von ihrem ach so wertvollen Schrott mitgehen zu lassen. Die haben sich halb eingenässt. Wollten mich verbannen. Verbannen? Für wen halten die sich? Ich gehöre nicht mal zu denen. Bin einfach hier raus abgehauen. Die können nicht mal. Was handelst du? Hier gewöhnlich warte ich hier auf Ornir. Er müsste mir eigentlich ein paar Maschinenteile mitbringen, die er beim Schlund abzwackt. Er bringt mir die Teile und ich gebe ihm einen Beutelsplitter. Aber ich warte hier jetzt schon eine halbe Ewigkeit. Der Penner lässt sich einfach nicht blicken. Ganz ehrlich, nein. Den Outlaws werde ich nicht helfen. Ne. Ich helfe kein Outlaws. Ah ja, wir müssen auch mal, wir müssen auch mal leveln, ne? Stimmt, hab ich gar nicht gemacht. Wie hab ich überhaupt nicht? Da hab ich auch nicht. Äh, 20. Ach, gescheuße. Äh, ach, deswegen Intelligenz. Noch mal hier. 13. Hab ich gesagt, dass wir uns schon sehr stark machen. Konditionen. So. Geschicklichkeit. Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh. Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh. 2. Mh-Mh. 4. 10. 11. 10. 11. und so also im kämpfen muss ich nur üben das ist nicht so einfach aber es geht schon in elektrisen war es einfacher glaube ich das war eine gute idee genau ich glaube ich daneben der kampf war jetzt nicht schlecht ich muss ja noch reinkommen wäre auch natürlich habe auch lange nicht mehr gekämpft das komme ich nämlich dazu wo muss ich ja nicht so lange dass sie dort ja oh gott das wird der oh gott das wird er so lange reise oh gott du bist auf dem weg bleiben dann möglichst jetzt habe ich ja nicht hier keine karte wenn wir nicht in dem minimap naja in dem sinne auch mal so schwer gehen auch ja warum nicht jetzt was elektrische heiltank hier ist sogar ein schlafsack einmal bis zum nächsten morgen kennen kurpapier ein kleiner trank elektrische heilt das ist sehr schön aber ist schön jemand lang zu laufen aber wir sind auch gar nicht gemacht weil bis jetzt hat es eine neue geben aber die quest die quest die muss ich jetzt machen weil es halt mal eine strafe ist und ich finde es auch einfach richtig die jetzt zu machen ich habe schon was Kommt sie hoch? Oh. 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 Nein. Hallo. Oh Gott, das ist ja voll der dumme Kampf. Hallo. Ja. Hallo. Öff da. Mal. Hä? Hey. Lustig. Ich bin mir voll die Fresse verprügelt, der Arsch. Okay. Und jetzt aber auch Gegner, die machbar sind, ne? Ist jetzt hier nicht so krass. Also ein Gegner. Ja, das war ein machbarer Gegner. Das wird natürlich noch schwerer gekommen. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass wir früher oder später wirklich mal auf Gegner treffen, wo ich wirklich nicht weiterkomme. Aber muss ich dazu natürlich auch sagen, selbst wenn es härtere Gegner werden, ähm, ist das nicht allzu tragisch? Denn, ähm, ich werde ja auch stärker. Okay. Und springt tot. Ja. Ah, da unten ist wieder so ein... Oh nein, da unten ist wieder so ein... Keiner Fresser. Aber bis jetzt kommen wir gut durch. Muss man sagen. Also auf jeden Fall werden wir uns den Kleriken anschließen. Das sag ich jetzt schon mal. Aber noch nicht. Noch genieße ich ein bisschen hier unter... unter da... unter Leben als, äh, niemand. Hä? Was? Okay. Du bist ein Klerbeißer. Achso, nee. Das ist natürlich ein Problem. Kann man hier ja auch blocken? Wenn ich hier ja nicht block, ich block mal. Aua. Na, irgendwo funktioniert. Ja, so, ja. Hervorragend funktioniert. Komm, ich reiche meine Energie. Und der mir? Nein. Ah, nee. Ich fände mich dein Ernst. Ja, klar. Oh Gott. Einfach ne scheiß Affe, ne? Brauch halt ne Rüstung oder so. Warte, ich hab doch nen Bogen. Ich hab doch nen Bogen. Ich hab auch nen Heiltank. Ah, nee, warte. Ich will gar keinen Heiltank nutzen. Ah, Mist. Jetzt können wir natürlich die Schwierigkeiten. Ähm, macht ein bisschen Schaden. Oh, ja. Hey. Mist, ist wie schlau. Ich glaub da mal steht. Was? Was? 10xp? Ey, komm. Ich glaub ich hätte eine Rüstung kaufen sollen, oder? Feuer. Da war ich ja auch nackt durch die Idee. Ich laufe mehr oder weniger. Aber gut, egal. Da muss ich jetzt durch. Wir können ja zumindest zurück die Schnellreise machen. Die werde ich auch in Anspruch nehmen. Die werde ich für den Hinweg einmal machen. Und Rückweg dann mit Schnellreise. Ich brauch unbedingt eine Rüstung. Ne, gegen die kleinen Kröten kommen wir noch gegen an. Aber ich bin auch nicht hier stark. Das ist natürlich auch daran. Ja, ich brauch... Ich bin halt auch gar kein Krieger, ne. Ich hab halt... Ja, das können wir groß. Vielleicht lässt du mich in Ruhe? Komm. Du lässt mich, ich lass dich. Komm. Wie wird's? Du bist doch so süß. Aber und der erste Ausflug, muss man schon sagen, ne? Ich mein, wir werden noch mal zum Erkunden kommen. Ich glaube... Ich werd nicht ewig natürlich nicht so laufen. Aber langweil so scheiße kämpfen. Obwohl, wollen wir? Ey, komm. Das ist ein Geschenk-DXP, oder? Den krieg ich doch down. Sollten wir machen. EXP. Die, äh, Kingdom Hearts da. Hauptsache, der drückt. Da kann man ja ein bisschen kämpfen nehmen. Man sollte ja immer einen, einen... möglichst einfachen Gegnern üben. Ja, dann gewinnt man ja auch nicht. Nachher auch besser. Also besser einfach auf jeden Fall. Bessere Ausrüstung war gut 5 XP. Wie viel braut denn so, um aufzuleveln? Wie viel ist denn das? Jetzt seh, ich steh hier nicht, okay? Ah, ja, stimmt. Das kann ich ja erlernen. Ah, stimmt, okay. Ich wollte jetzt hier ein bisschen aufpassen. Wird aber kurz vom Ziel. Schon mal sehr, sehr, sehr schön. Aber wenn wir mal... Hab ich mir echt ein Ei gelegt mit dem Clown, ey. Da hab ich mir ein Ei gelegt. Ich meine, ich muss es auch nicht jetzt machen. Aber vom Prinzip her... Das macht ja auch Spaß. Im Clown, der Ball ist jetzt okay. Und die kommen halt noch gerade nur an. Plus! Wann warst du das denn? Hör mal auf deine Taktik zu Ende, du Arsch. Aua! Okay, Ball ist jetzt fieser. Deine Mamis haben wir nicht hier irgendwo, ne? Sei ehrlich. Hier sind wir jetzt deine Mamis fies. Ähm, okay. Sehr schön. Bekämpft. Ich habe ja mittlerweile auch ein bisschen Erfahrung in dem... In dem... In dem Souls-Genre. Wir haben ja schon ein bisschen Rollenspieler gespielt. Ich habe es damals gespielt, war ich noch nicht so erfahren. Also Witcher war ja noch mein erstes Rollenspiel. Aber mittlerweile habe ich ja ein bisschen mehr an Rollenspiel schon gespielt. Oh, da ist nötig. Die können wir uns angucken. Ja, komm. Was? Was? Achso. Yo. Feuerposer. Ey! Ey! Oh Gott. Ne, zwei so viel. Ne, ich glaube ich sollte gehen. Oh Gott, ich arbeite. und das jetzt okay das mal stecken aber aber jetzt haben hochkotzen oder was ich bin kurz nicht hoch der kopf war so okay das ist ein bisschen vieles gut damit habe ich nicht gerechnet aber nicht gut raus nein ach du scheiße die mich sehen vom ziel ich glaube hier mache ich mal weil ich nicht weiß ob wir das überleben oder lieber schnell sparen ach so jetzt macht er auch jedes mal neu sehr gut kann also einen alten also wirst du nicht okay wie soll ich denn da rankommen wenn ich jetzt aber hingehe bin der alps die kleine ab oder ich gehe halt mein immer so cool hallo bin der pirates na jo jo ok au okay das sind die alps darf ich vorstellen als warte 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 ist aber ich habe auch keine waffe nicht ich kann mich nicht mit denen wären wir sind so eine starke rüstung habe ich nicht ich bin auch nein erst nicht ich bin auch nicht ich bin auch nicht ich bin auch nicht Der Typ ist tot. Ah, Alps im Problem. Alter, okay. Wenn es hier jetzt auch immer drauf ist. Das Glück ist, ich klettern. Reicht im Spiel das so? Asisten doch. Oh. 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 hat er gehofft ich kann ich sie weglocken Du siehst den Dach, der ist dort. Oh ja, ich habe einen Blüten, dass ich den Dach bin. Ah, hier bin ich! Hi! Wir wissen, ob der tot ist. Guck doch! Na, na, wie nahm man ihn? Nein! Der war da hinten. Mist. Arschloch. Oh, natürlich. Lauf! Na gut, verkehrt es. Von da aus sowieso nicht. Aber den ganzen Weg hat er sonst gemacht. Okay, war es auf jeden Fall eine schöne Reise. Aber ich will zurückgehen mit der Erfahrung. Aber ist der Weg umsonst, weil da jetzt solche Dinger sind? Solche Idioten auch nicht, ne? Nein. Ich habe es nicht mal. Ach so, ich habe es nicht mal. Ah, ich bin gut, ich bin gut. Ich glaube, ich habe ihn wie sonst gemacht. Ich glaube, es war wie ein paar Frauen. Nein. Nein, nein. Oh, wahrscheinlich schießen wir nicht. Okay, komm. Ist der weg? Nein, natürlich. Da ist noch einer und... Ja, sie gehen nicht alle rüber. Wir schaffen, weil sie einmal alle wirklich mal... ...so, ne, rübergehen. Aber... ...jetzt vergessen. Wie soll ich sie denn kriegen? Vielleicht gar nicht. Jetzt ist es noch nicht. Aber ich will nicht, wenn ich abfalle, dass es nicht möglich ist. Ich kann sich mal gut surfen. Nein, das ist nicht möglich bei... ...so, ne, ich kann mich nicht mehr mit ihnen anlegen, oder? Ich kann mal probieren, wie weit komme ich, wenn ich ihn aufs Maul haben will. Wir kriegen einen Totenkopf, oder? Hi. Ah, guck dir den hier auch noch an. Ich sag, er sollte ihn davon erfahren. Aro, wohl sie mit ihnen angucken. Oh, nein. Okay. Der hat Warnschuss im Ofen. Es war an sich eine nette Erfahrung, aber... ...ohne Rüstung, ohne alles, da brauche ich gar nicht weiterzuprobieren. Oh, verdammt. Schade. Schade. Hat aber Spaß gemacht. War aber ganz witzig. War mal interessant. Dann machen wir das. Und ich danke auf jeden Fall, weil wir zuschauen. Schade, dass es geklappt hat, aber... ...ich finde, ähm... ...ähm... ...ähm... ...ja, aber ich fand es trotzdem ganz interessant. Muss ich ehrlich sagen. Ich sage, vielen Dank, ich hoffe, ihr habt es gefallen. Am nächsten Mal geht es weiter. Haut rein. Euer Pirus. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.